Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu unserem Fisch-Modell. Wir wollen Fische klassifizieren. Egal, wir wollen neuronales Netzbau und darum geht's. Und zwar, wir haben letztes Mal hier uns um den Fisch-Datensatz gekümmert und den können wir jetzt hier ein wenig einlesen. Wir sehen hier unten Fische und die haben verschiedene Arten und wir wollen eine KI schreiben, die uns direkt die richtige Art gibt. Dazu haben wir uns letztes Mal um den Datensatz gekümmert. Heute soll es darum gehen, wie wir das neuronale Netz modifizieren können. Und dazu haben wir das hier. Wir sind hier im Model und wir wollen dieses Model anpassen. So, jetzt ist natürlich erstmal super wichtig, wir wollen dieses Model anpassen. Was heißt das? Was genau wollen wir eigentlich? Naja, grundsätzlich wollen wir, dass dieses Model uns bessere Ergebnisse liefert. Also, besser Fische klassifizieren kann, um es nochmal mit den Fisch-Dingern zu sagen. Was genau, wie genau bekommen wir das? Naja, ganz einfach, wir müssen erstmal rausfinden, wie gut ist unser Modell eigentlich gerade. Und nein, ich will nicht resumen. Unser Modell hat ja bislang noch überhaupt nichts. Wir haben noch keine Zahlen, wir wissen noch nicht, wie gut unser Model, das ja autogeneriert ist, überhaupt performt. Und dementsprechend lassen wir jetzt hier erstmal einen Test laufen, beziehungsweise einmal das Training laufen und gucken uns an, wie gut das dann am Ende wirklich abschneidet. Hier unten sehen wir immer so, was gerade als Output, beziehungsweise was als Bild ungefähr reingekommen ist und was das alles tut. Und da dieser Prozess ziemlich lange dauert, vor allem für 100 Epochen, werde ich euch jetzt hier mal ganz kurz pausieren. Denn, ja, das Training muss man erstmal jetzt laufen lassen, um überhaupt ein Ergebnis haben zu können. Um überhaupt herausfinden zu können, was da eigentlich gerade passiert. Und dementsprechend, ja, lasst uns kurz warten. Okay, also wir haben jetzt die vollen 100 Epochen natürlich nicht fertig trainiert. Das dauert nämlich eine ganze Zeit, muss man aber auch nicht. Was wir allerdings sehen können, ist definitiv ein kleiner Trend. Wir haben hier eine Accuracy, also wir können uns den Graphen von der Accuracy ja immer genauer angucken, während das Ding noch trainiert. Ich mache hier jetzt mal eine Pause rein. Pause habe ich gesagt. Und das sieht dann ungefähr so aus. Wir haben hier eine Validations-Accuracy von 0,09. Das sind 9%. Beim Training hier oben haben wir 14%, 14,28. Wenn man drüber havertiert, sieht man das. Diese Epoche hier ist noch nicht ganz fertig. Dementsprechend können wir die noch nicht benutzen. Deswegen, ja, hier bitte nicht drauf verlassen. Aber hier haben wir dann schon, ja, nicht die besten Accuracies, okay? Und wir könnten auf jeden Fall offensichtlich irgendwas noch tun, um das Ganze zu verbessern. Das heißt, das ist das, was wir tatsächlich erreichen wollen mit unserem Netz. Wir wollen, dass die Validations-Accuracy nach oben geht. Also statt diesen 9,3%, statt diesen 0,093, wollen wir eine höhere Zahl haben. Was mit dem Training passiert, interessiert uns auch. Aber nicht so sehr wie das, was mit den Validationsdaten passiert. Denn bei den Trainingsdaten kann es häufiger mal passieren, dass das Netz die auswendig lernt. Das sieht dann relativ eindeutig aus, wenn ihr zum Beispiel beim Training irgendwie 100% Genauigkeit habt und bei der Validation irgendwie 50%, dann wisst ihr, das Netz hat halt einfach auswendig gelernt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. So, was wir stattdessen eben, oder was wir dafür eben tun ist, ich mache jetzt mal Stopp, können wir hier in unseren Netzen, in unserem neuronalen Netz im Endeffekt die Schichten erstellen, beziehungsweise die Schichten anpassen. Und dazu haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Wir können hier Processing Layers einbauen, die Blurning Layers, Operation Layers, Public Layers, was auch immer das ist, und Custom Layers. Und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier nämlich schon ein bisschen was. Wir haben Images, das ist unsere Eingabe sozusagen. Das ist einfach nur das Bild hier unten. Wir haben Convolution, wir haben Dance, das sind alles Deep Learning Netze, oder Deep Learning Schichten, Dance, Convolution und Recurrent. Recurrent ist eher für Text gedacht, also nicht unbedingt jetzt für Bilder. Convolution, Dance, Dance und dann Category, was unser Output ist. Das heißt, wir haben hier jeweils drei Schichten. Drei Schichten ist nicht viel. Was wir jetzt also machen können, ist, wir können diese Schichten anpassen. Das sehen wir hier drüben. Wenn wir hier zum Beispiel auf Convolution draufklicken, sehen wir hier Conf, Transpose, Separable, Depth-Wise und dann noch ein paar andere. Die Convolution Type würde ich auf Conf lassen. Das ist im Endeffekt der Standard. Den würde ich eigentlich immer quasi da drauf lassen. Bei der Dimension ist natürlich jetzt die Frage, was genau habt ihr für ein Bild? Habt ihr ein eindimensionales Bild, sprich einen Strich, beziehungsweise vielleicht was anderes, was eindimensional ist, sowas wie, ja, Text oder sowas. Oder habt ihr Dimension 2D, was eigentlich das Normale ist, dann habt ihr ein zweidimensionales Bild. Ihr könnt aber sogar dreidimensionale Bilder haben, die dann eben auch wirklich eine Tiefe haben. Das kann man zum Beispiel aus Computerspielen oder solchen Themen dann am Ende auch extrahieren. Und ja, das ist natürlich auch eine spannende Sache, die man machen kann. Normalerweise werdet ihr aber zweidimensionen haben wollen. Jetzt haben wir hier Patch Size, Stride und Feature Maps. Patch Size meint hier die Größe des Kernels im Endeffekt, der hier drüber läuft. Ein Convolution Layer funktioniert nämlich folgendermaßen. Ein Bild hat viel zu viele Pixel, als dass wir wirklich für jedes Pixel davon ein Neuron lernen könnten. Das wird ewig dauern und würde vermutlich auch keine guten Ergebnisse haben. Eine Patch Size meint hier, wie viele Pixel auf Pixel, also 3 mal 3, weil Patch Size ist 3, so groß soll das Ganze dann am Ende sein. Also so groß soll unser Bild sein, dass wir erkennen können. 3 mal 3 Pixel ist wahnsinnig klein. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben hier 9 Pixel, die linkesten obersten 9 Pixel, die eigentlich nicht mal Fisch enthalten. Dann gehen wir ein bisschen nach rechts und machen das nochmal. Dann gehen wir wieder ein bisschen nach rechts und machen das nochmal. Das heißt, wir teilen das Bild auf in 9 mal 9 große Bereiche und jeder dieser Bereiche bekommt dann am Ende sogar dieselben Gewichte. Wenn ihr mehr Informationen darüber haben wollt, dann empfehle ich euch einmal kurz in meine Neuronale Netze-Playlist reinzugucken. Die ist ein bisschen theoretisch, aber erklärt das auch wirklich im Detail. So, der Stride meint hier jetzt, wie viel lassen wir aus. Das heißt, wir gucken uns hier oben die ersten 9 Pixel im Quadrat an. Dann lassen wir 1 aus und machen beim zweiten wieder weiter. Das meint dieser Stride hier. Und die Feature Maps, das bedeutet, wie viele Bilder haben wir am Ende als Ausgabe. Das hört sich jetzt komisch an, ist aber relativ leicht nachzuvollziehen. Wir haben hier oben stehen die Auflösung 768 mal 1024. Das ist die Auflösung unseres Bildes mal 3. Warum mal 3? Naja, weil es Farbbilder sind. Farbbilder, also Rot, Grün und Blau. Das sind drei Bilder, wenn man so möchte. Wir haben rote Informationen, grüne Informationen und blaue Informationen. Cool. Jetzt ist das aber natürlich nicht alles. Jetzt können wir so viele Informationen bauen, wie wir wollen. Und das sind genau diese Feature Maps. Ihr habt hier oben diese mal 8 hinten dran stehen. Das liegt daran, dass wir hier unten eben auch 8 Bilder haben, aus denen wir dann am Ende auswählen können. Und hier sehen wir schon ein paar, die zumindest ziemlich fischig aussehen. So, hier unten haben wir dann noch eine Aktivierungsfunktion. Wir haben auch noch Zero Padding. Zero Padding, same, würde ich einfach drin lassen. Und der Siegboid ist eigentlich, na, ist nicht mal unbedingt das Beste, was wir machen können. Wir könnten hier auf ein Relu umwechseln. Das ist tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Drop Out ist allerdings noch was ganz anderes, was sehr, sehr sinnvoll ist. Also Activation Function ist erstmal was relativ Theoretisches. Hui, das ändert sich. Ja, seht ihr das hier, was ich mit Relu meine? Das erste Bild hat sich massiv geändert. Das dritte auch, das vierte auch. Also es ändert einfach alles, diese Aktivierungsfunktion hier durchzulassen. Ähm, das ist im Endeffekt, was wir auf diesen jeweiligen Bildern hier sehen können von diesen acht. Okay, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was ist Drop Out, was ist Batch Normalization und was ist Pooling? Ähm, Pooling wird hier aber eigentlich, soweit ich das sehen kann, zumindest gemacht. Warum steht das auf No? Hm, egal. Auf jeden Fall, ähm, das Drop Out bedeutet, wir wollen ja nicht, dass unser neuronales Netz auswendig lernt. Ja, das heißt, wir sagen, okay, neuronales Netz, jetzt darfst du nach dieser Schicht einfach ein gewisser Anteil, den darfst du einfach vergessen. Vergiss, dass du es jemals gesehen hast. Das können wir anstellen und können sagen, ja, wie viel wollen wir denn, dass es, ähm, dass es vergisst. Also quasi, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es es behält? In dem Fall Keep Probability. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht vergessen? In dem Fall sagen wir einfach mal, äh, 0,8. Damit haben wir quasi 80% behalten wir und 20% verlieren wir. Batch Normalization kann ich anschalten und Pooling schalte ich eigentlich auch an, ist aber automatisch eigentlich auch an. So, und ja, dann haben wir hier unser Convolution Layer schon mal eingestellt. Jetzt haben wir hier natürlich noch Dense Layers, da können wir auch die Aktivierungsfunktion ändern. Wir sehen hier übrigens diese schwarzen Punkte, das ist das, was wir vergessen. Das ist tatsächlich sehr sinnvoll, dass einfach manche Pixel nicht mehr vorhanden sind, dass wir die komplett vergessen. Weil wir dadurch eben, äh, vergessen oder besser generalisieren können. Wir lernen nicht so leicht auswendig. Wir Menschen können sowas immer noch als Fisch ganz gut erkennen. Aber, ähm, eine KI kann so schwerer auswendig lernen, was halt sehr, sehr hilfreich ist. Ähm, wir sehen hier eben ein paar Pixel sind definitiv schwarz, aber das ist ganz gut. Beim, ähm, beim Dance Layer können wir was ähnliches sagen. Wir können hier auch noch sagen, was wir als Aktivierungsfunktion haben. Hier würde ich das Relo einfach drin lassen. Dropout würde ich hier keinen mehr reinmachen und die Batch Normalization brauchen wir hier auch nicht. Die können wir also eigentlich so lassen. Und, äh, genau, hier können wir dann quasi auch noch einstellen, wie viele Neuronen wir am Ende als Ausgabe haben wollen. 128 ist quasi hier die Ausgabe. Und hier haben wir als Ausgabe neun Neuronen, weil wir natürlich am Ende auch als, ähm, als Ergebnis neun Kategorien haben. Das heißt, hier muss als Ausgabe neun stehen. Wie viel wir zwischendrin einbauen, das bleibt uns überlassen. So, für jede einzelne Schicht könnt ihr selbstverständlich auch in den Code reingucken. Und dann seht ihr hier unten werdet ihr, ähm, also hier habt ihr zum Beispiel noch den Dropout drin, hier habt ihr noch einen Dropout drin, Pooling drin, ähm, und den Kernel natürlich und so weiter und so fort. Und hier unten findet ihr zum Beispiel die Filter wieder, die Kernel Size findet ihr wieder, den Stride findet ihr wieder, Padding findet ihr wieder. All diese Informationen, die wir hier gerade eingestellt haben, findet ihr natürlich auch im Code wieder. Ihr könnt aber auch den kompletten Code anpassen, was im Endeffekt das Custom Layer ist. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie gut performt unser Netz, nachdem wir diese einzelnen Schichten, die ja schon vorgefertigt waren für uns, wie gut performt das Netz, wenn wir das trainieren lassen? Schauen wir uns das Ganze mal an und lassen das nochmal laufen. Und ja, es dauert sehr, sehr lange, um so etwas wirklich zu evaluieren. Wir müssen quasi, oh, regelmäßig neu, ähm, uns drum kümmern. Ja, so, und da sehen wir, warum wir momentan noch ein bisschen vielleicht in den Code zumindest reingucken müssen. Ähm, ich habe jetzt mal ganz kurz nachgeguckt, was hier passiert ist. Wir können ja natürlich jedes Mal den Code noch editieren. Ähm, und hier haben wir noch ein paar Bugs, zumindest manchmal, worüber ich natürlich die Entwickler dann auch nochmal informieren werde. Ähm, und zwar haben wir hier zum Beispiel die Strides direkt doppelt drin. Wir haben aber auch die Pool Size, den Padding haben wir auch doppelt drin. Und die Pool Size haben wir, ja, lassen wir doch einfach mal die Pool Size hier komplett raus. Und eigentlich brauchen wir diese Klammer hier auch nicht. So, ähm, jetzt bin ich gespannt, was hierbei passieren wird. Ansonsten werde ich, ja, jetzt darf ich natürlich hier nicht mehr. Reset to Standard Settings, okay. To Lock. Ja gut, dann müssen wir hier das Ganze rückgängig machen. Okay, wenn das passiert, dann müssen wir natürlich hier einmal kurz die Convolution-Schicht komplett entfernen. Das heißt, wir entfernen das hier, wir entfernen das hier und wir machen die hier weg. Na komm, geh weg. So, ähm, ich hab jetzt einfach mal entfernen, also quasi, Sekunde, ich zeig's euch, auswählen, entfernen. Falls das nicht funktioniert, aktualisiert die Seite, damit hatte ich auch gerade Probleme. Ähm, und jetzt bauen wir uns hier einfach eine neue Convolution-Schicht ein, die hoffentlich dann besser funktioniert. Wir verbinden das und stellen die nochmal ganz kurz ein. So, wir hatten Convolution, wir hatten 2, wir hatten Patch Size 3, das passt alles soweit. Wir wollten hier auf Relu umstellen und wir wollen hier den Dropout, sagen wir mal auf, ach, standardmäßig ist auch 1 drin, sagen wir auf 0,8 stellen. Wir lassen jetzt mal Batch Normalization und Pooling raus. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das noch nicht komplett funktioniert. Und wir gucken uns nochmal ganz kurz den Code an. Ähm, das sieht richtig aus. Also hier haben wir quasi eine Convolution und danach machen wir Dropout. Das sieht gut aus, das können wir, ja. Okay, wenn ihr irgendwas am Code verändert, müsst ihr hier quasi, also mit Schorgen Z könnt ihr auch zurückgehen, das funktioniert genauso. So, okay, ähm, jetzt haben wir das hier also fertig. Jetzt können wir hier zumindest sagen, okay, wir wollen, so, brauchen ein bisschen, bis es sich aktualisiert hat. Ähm, und ich hab hier auch nochmal kurz auf das Relu umgestellt. Ähm, wir wollen das Ganze laufen lassen. Wir runnen das jetzt mal und wir starten nicht von der letzten Epoche. No. So, ähm, wir haben schon wieder einen Fehler im Code. Haben wir nicht. So, einfach nochmal neu starten und dann funktioniert das Ganze. Okay, ähm, also. Das dauert jetzt wieder eine Weile, das heißt, wir müssen jetzt wieder warten, bis das eben fertig ist soweit. Und, ähm, ja, wir gucken uns jetzt so lange einfach mal die Accuracy an, wie die eben wächst. Das dauert, wie gesagt, deswegen, ich schneid das jetzt mal raus, bis wir ein Ergebnis haben. So, nach einer ganzen Weile, also das hat jetzt tatsächlich länger gedauert, sind wir hier auch einigermaßen wieder stabil angekommen. So ab der siebten, achten Epoche ist es relativ stabil. Und wir sehen, wir haben unser Ergebnis schon deutlich verbessert. Wir sind jetzt nicht mehr bei, ähm, 0, was waren es, 0,09 Prozent, äh, oder 9, irgendwas Prozent, sondern bei 13,9 Prozent. Das ist doch schon mal besser. Wir sind jetzt offensichtlich ein bisschen besser als Raten, aber gut ist immer noch anders, möchte man sagen. Also, ich meine, 3 oder 14 Prozent Chance bei den Validationsdaten, dass ich, ähm, den richtigen Fisch, äh, kategorisiert habe oder klassifiziert habe. Nicht, nicht wirklich solide. Ähm, dementsprechend, was wir jetzt hier noch machen können, ist ja ganz einfach, wir klicken hier jetzt mal auf eine von diesen Verbindungen, zum Beispiel die hier, und, ähm, entfernen sie einfach. Dadurch machen wir hier uns Platz für mehr. So, was wir jetzt nämlich hier machen, ist, wir fügen neue Convolution-Schichten rein. Denn normalerweise haben wir mehr als nur eine Convolution-Schicht, wir haben mehr als nur zwei Dense-Schichten. Normalerweise haben wir ziemlich viele davon. Und dementsprechend verbinden wir jetzt hier den Output mit dem Input, also der Output von der ersten Schicht mit dem Input von der zweiten Schicht. Wow. Ähm, und machen hier auch nochmal ein bisschen Anpassungen. Conv 2D, 3, 2, äh, ich würde hier ein bisschen höher gehen. Ich würde auf zwölf Feature-Maps gehen. Normalerweise erhöht man die Feature-Maps, denn die Auflösung geht ja runter. Also, ich habe von 384, habe ich genau die Hälfte, von den 512 habe ich auch die Hälfte. Dementsprechend will ich ja immer ein bisschen niedrigere Auflösung, dafür mehr Feature-Maps. Ja, ähm, Dropout möchte ich auch wieder haben und zwar auch wieder 80%, also mache ich hier eine 0,8 rein. Und, ähm, ein Relu als Aktivierungsfunktion wäre auch großartig. So, und das mache ich direkt nochmal. Ähm, ich mache hier noch eine dritte Convolution-Schicht rein, wo wir genau dasselbe nochmal machen. Also, Conv, 2D, ähm, 3er Patch, ähm, 2er Stride, 16 Feature-Maps, eine Relu-Aktivierungsfunktion, ein Dropout von 80% und damit, ähm, natürlich noch verbinden. Damit sind wir eigentlich ganz gut dabei. Jetzt würde ich hier unten allerdings auch noch eine Dance-Schicht einbauen. Ähm, hier zum Beispiel. Ähm, denn normalerweise hat man auch mehr als eine Dance-Schicht am Ende. Die Dance-Schicht, äh, gibt ja an, also im Endeffekt Convolution-Schichten sind speziell gut für Bilder. Aber irgendwann muss man halt auch von Bild Richtung Kategorie gehen, ja. Und, äh, deswegen wollen wir hier dann auch langsam mal, aber sicher, ähm, Richtung Kategorie gehen. Quasi alle mit allen verknüpfen. Das heißt, diese 96 mal 128 mal 16, ähm, diese 196.000 Parameter wollen wir dann noch irgendwie reduzieren auf 128? Hm, das ist ein bisschen arg wenig. Das geht auf keinen Fall. Dementsprechend sagen wir hier, wir wollen nicht 128, sondern wir wollen zum Beispiel 1024. Davon haben, geben die in die Input-Schicht rein und dann kriegt das Ding hier eben 1024. So, und was hier zwischendrin passiert, naja, das verbinden wir einfach. Da sagen wir dann, okay, wir reduzieren unser Bild und diese 100.000 Parameter werden reduziert auf 1000. Die werden reduziert auf 100, also Faktor 10 jeweils. Und die werden reduziert auf die neuen Kategorien, die wir haben. Und dann geht's in den Output. So, mal gucken, was jetzt hierbei rauskommt. Wir können uns tatsächlich hier theoretisch den Output angucken. Ähm, hier sehen wir zumindest teilweise ein bisschen was Fischiges, aber, ja, das muss, muss jetzt nicht unbedingt was heißen. Ähm, dementsprechend sagen wir hier, okay, Run Model bitte. Nicht von der letzten Trainingsepoche, sondern wir wollen ein neues Training starten von ganz vom Anfang, von der allerersten Epoche, damit wir sehen, wo wir eigentlich sind. So, das wird wieder eine Weile dauern und jetzt braucht ihr tatsächlich viel Arbeitsspeicher, beziehungsweise Grafikkartenspeicher. Denn so ein Training kann doch durchaus mal ein bisschen länger dauern. So, ähm, was wir sehen können ist definitiv, nach sieben bis acht Epochen ist es noch nicht ganz fertig. Ähm, denn das Training wabbelt hier noch ordentlich hin und her. Ähm, wir müssten hier auf jeden Fall noch ein bisschen länger abwarten. Sind jetzt allerdings auch nur so bei elf Prozent, beziehungsweise elf und halb Prozent. Also, nicht jede Veränderung, nicht immer heißen mehr Neuronen, ähm, dass es wirklich besser wird am Ende. Aber ich vermute, dass wenn ich das Training hier noch weiterlaufen lassen würde, dass es zumindest ein bisschen noch besser werden würde. Was ich jetzt zumindest allerdings nicht mehr machen möchte, denn, ja, ich bin jetzt hier auch schon tatsächlich über zwei Stunden an dem gesamten Video. Also, klar, natürlich muss ich mehrfach trainieren, aber trotzdem ist es eine ganz schön lange Zeit. Und, ja, ähm, um das Ganze hier mal zu einem Schluss zu bringen. Ähm, wir, wir haben relativ gute Sachen hier gemacht. Wir haben mehr Schichten aneinandergereiht. Wir wissen jetzt, was wir hier für Schichten haben. Die Recurrent-Schichten kennen wir noch nicht. Die kommen noch irgendwann später, wenn wir, ähm, Texte oder Videos oder sowas mal angehen. Ähm, bei den Operations waren wir noch gar nicht. Die brauchen wir auch aktuell nicht. Die Public-Netze machen wir ebenfalls noch. Genauso wie das Processing. Wobei ich das ganz kurz erklären kann. Grayscale ist natürlich einfach Graustufen. One-Hot braucht ihr nur bei Texten zum Beispiel. Und Rescale macht euch einfach ein Bild in eine andere Dimension. Also, zum Beispiel kann ich hier ein Rescale einfügen. Ähm, und bekomme dann die Möglichkeit, mir hier zu sagen, wie groß mein Bild eigentlich sein soll am Ende. Also, nur so, damit ihr mal ein Verständnis dafür habt. Gut, ähm, natürlich sind wir noch lange nicht am Ende. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr bleibt dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.